Das ist Afrika. Die Geografie und Natur Afrikas sind vielfältig. Es gibt eine große Anzahl von naturgeschützten Nationalparks. Das afrikanische UNESCO-Welterbe ist umfassend. Afrika ist die Heimat von rund 1,2 Milliarden Menschen. Condor fliegt sie auch komfortabel und zuverlässig auf diesen Kontinent. Die Faszination Afrikas begeistert immer mehr Reisende, einzigartige Landschaften, faszinierende Tiere und herzliche Menschen kennenzulernen. Komfortable Lodges, aufregende Safaris und neue kulinarische Genüsse laden ein, diesen Kontinent zu erleben. Es gibt aber auch die andere Seite Afrikas. Ärmliche Behausung. Kein Strom, kein Wasser, kein Essen, keine Gesundheitsversorgung, keine Sicherheit vor Gewalt, keine Bildung, dagegen Kinderarbeit und keine Zukunft. Good Hope Center e.V. gibt Kindern eine Zukunft. Seit 2009 ist es die Herzensangelegenheit von Good Hope e.V., das Wohn-, Schul- und Ausbildungszentrum zu unterhalten und ständig zu erweitern. Happy Watoto in Gorika, Tansania ist das neue Zuhause für über 180 Waisenkinder aus schwierigsten Verhältnissen. Im eigenen Schulhaus unterrichten qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer auch Kinder aus der Umgebung. In den liebevoll eingerichteten Wohnhäusern werden jeweils 16 Kinder von einer ausgebildeten Betreuerin begleitet. Im Außenbereich ist viel Platz für Sport, schulische Aktivitäten oder einfach mal ausgelassenes Toben und Spielen. Rund 340 Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren erhalten eine englischsprachige Schulausbildung und damit eine Zukunft mit der Chance auf ein besseres Leben. Sie sind hier optimal versorgt. Sauberes Trinkwasser, regelmäßige Mahlzeiten, medizinische Versorgung gehören dazu. Liebe und Bildung, ein sicherer Start in die Zukunft. Alle Good Hope Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Jeder gespendete Euro geht direkt nach Tansania ins Weißenhaus. Die Good Hope Kinder sind zu einer großen Familie zusammengewachsen. Sie kennen sich gut und behandeln sich wie Geschwister. In den Good Hope Häusern Gorika und Kikatiti werden die jungen Menschen bis ins Berufsleben begleitet und unterstützt. Ein afrikanisches Sprichwort heißt, Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, kann man die Welt verändern. Helfen Sie mit. Spenden Sie für eine glückliche Zukunft. Wichtige Spendeninformationen finden Sie auf goodhopecenter.de Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Wichtige Spendier Vielen Dank.